Hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft. Wir sind hier noch im Flammenschlon unterwegs mit unserem coolen Ork Mensch am tanken. Ich weiß nicht, wo wollt ihr hin? Links, rechts, links, rechts, links. Okay. Ich roll kurz vor. Zack. Packen wir den. Zack und zack. Gut. Hier. So greift mich an. So wie es sein soll. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Das ist ein krasses Damage. Aber ja. Das ist halt so. Ist so, wie es ist. Ich bin ja jetzt noch low. Deswegen ist meine Rüstung noch nicht so stark. Schon in die Mitte? Noch nicht? Okay. Are you ready? Gehen wir doch schon rein? Ich weiß es nicht mehr. Da ist ein bisschen warten. Gut. Los geht's. Los geht's. Mach mich den nächsten Boss hier. Lava Schwein. Warum habe ich kein Argo? Habe ich kein Argo? Kann der überhaupt? Er greift nicht mich an. Ist das immer so? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Da. Einfach draufhauen. Da kann ich glaube ich nicht viel tanken, so wie es ausschaut. Er macht doch nicht gerade viel Damage. Jetzt habe ich Agro. Hä? Ist das strange? Und zack. Ich weiß es nicht. Jetzt ist ein bisschen. Äh. Game. Äh. Man. Topic. Ne? Game Commentary. Oh my god. Bad Damage. Da haben wir den Agma. Ich weiß den Weg nicht mehr. So. Wo wollt ihr hin? Hier? Da müssen wir noch jemanden befreien. Weiß es nicht. Nein. Das ist doch nicht. Es ist zu lange her. Oh my god. Ah. Okay. Ich kriege gerade Heal. Ich kriege gerade Heal. Die Katze hat glaube ich Knurren an. Oder wie war das? Was es Agro macht? Ich brauche eins hier. Kann man hier lang? Ich weiss nicht. Hä? Ah. Ich wollte. Ah. Da war ja was. Ich muss noch später noch retten. Irgendwie. Ich hatte es gerade falsch rum im Kopf. Ne? Falsche wie im Kopf. Deswegen. Was? Warum? Ja. 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 Wir retten ja ihn gleich. Ja. 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 Was? Warum hast du? Pala Lady hat Agro. Ja. Wo ist er? Ah. Da hinten. So. Bisschen zu früh. Weil ich kriege jetzt Savage. Aber ich kann nicht. Ah. Die Katze Mann. Das. Also jetzt in diesem. Dingens. Ne? Ist es. Ah. Fuck. Falsch. Oh. Aber sie verstehen es glaube ich. Das Problem das ich habe. Oh. Jetzt noch einen retten. Und der war glaube ich ein Boss. Deswegen. Alles gut. Läuft es wieder überhaupt? Ja. Es läuft. Ich nehme auf. Gut. Nice. Bisschen warten. Wow. Ich muss mich noch kurz hochheilen. Dankeschön. Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Die Katze! Warum tankt die Katze jetzt gerade? Ah. Schlimm, schlimm. Die Katze macht zu viel Agro. Ja, ich bin hier. Er hat keine Ahnung, wo er angreifen soll. Friss mein Damage. Mein Agro. Scheiss Stoss. Doch es ist doch immer das bringt. Ja gut. Wenn die Katze stirbt, ist es eigentlich egal. Ich habe irgendwie... Ich brauche noch den Agro-Meeter. Ne, Mag ist gerade. Der Damage-Meeter. Und direkt noch ein cooles Level ab. Mit ne Ausrüstung. Zack. So ein bisschen so. Rettet ihr noch kurz? So. Schön. Mit unserem neuen Gürtel. Und direkt noch ein Level ab. Das wäre voll der Shit, man. So, jetzt haben wir eine Ini geschafft. Blut und Dara. Juhu. Ähm. Das war's für die Ini, ne? Glaub ich. Quests haben alle gemacht. Ja. Dann geht's wieder zurück. Nice. Schön. Schön, schön. Merkt richtig, wie glaube ich noch bin. Wow. Also, etwas könnte ich nicht tanken. Ja, es ist halt auch ein Jäger mit Knurren drin. Ist auch ein bisschen... Nubig. Aber gut. Aber gut. Ich hab's versucht. Glück haben wir einen guten Heiler. Ne, geh weg. Geh weg. Zack. Hab ich eigentlich was dazugelernt beim Level-Up. Staffeln. Ihr schüttelt Angriff ab und verzögert einen Teil des Regal- und körperlichen Schaden. Passiert auf der Eure-Beweglichkeit. So dass du schüttest im Verlauf von 10 Sekunden erlitten werden. Äh, wieder mag ich den Angriff um 35% Effektivität. Cool. Also hab ich nur das gekriegt. Toilette hab ich eben einen Schi-Stoß. Ja, gut. Äh, irgendwas sollte ich noch stehen. Glaub ich auch hier. Das war das. Hm, 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 hm. Also, gut. Jetzt bin ich schon Level 17. Hab ich das richtig im Kopf? 16. Okay. Schade. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss, glaub ich, noch ein bisschen questen, damit ich Kini-Skin kann und so weiter. Oder? Man weiß es nicht. Hm. Man weiß es nicht. Es ist halt so. Ich hab Bock. Ne? Auch Beweglichkeit. Je mehr Beweglichkeit, desto mehr aushalte ich. Halte ich aus. Komm mal her. Ich möchte einen Schi-Stoß mal. Was macht der überhaupt? Ich hab irgendeinen Effekt gerade. Ein Schaden gestaffelt. Ah, ist das das? Das ist das. Okay, I see. I see. I see. What? Fühlt euch etwas benebelt? Außer, mal. Was? Ich muss das, glaub ich, einfach mal durchlesen. L. Ne. What? L ist Karte? Warum ist L Karte? Da ist sauber Buch. Es reicht. Das zählt. Okay, ihr schüttelt Angriffe ab und verzögert einen Teil des ertriffen körperlichen Scham. Sehen auf euer Beweglichkeit. So dass ihr Schattest im Verlauf und diesen Karten erlitten wird. Wird auch magisch Angriff und 35 Effektivität. Also verteilt man den Damage einfach. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt müssen wir für die Wissenschaft. Mehr Wissenschaft benötigt. Komm schon. Dankeschön. Schön. Okay. 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 Die Katze hat einfach mehr getankt, dass ich das, das ist was, dass ich, ne? Oh, ich hab den noch. Uh, uh. Cool. Verkaufen, 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 verkaufen. Alles verkaufen hier. Leder, das kann ich anziehen. Zack. Wahrscheinlich hab ich schon was verkauft, was ich also Stoff, ne, dann nicht. Trag doch keinen Stoff. Brauch ich nicht, brauch ich nicht. Bogen kann ich nicht tragen. Ist das alte Heiltrank? Warum nicht? Kann man mal benutzen irgendwann. Das ist, das braucht man doch nicht. Bufffood braucht kein Schwein mehr. Äh, südliche Entsturm. Ja, genau. Los geht's. Flieg mal los. Rakete. Ab. Dankeschön. Ah, das war auch cool, dass das neu war, ne? Ah. Das war so. Was? Das kann man tun. Ahm. Uh, da kommt jetzt der Nachbrenner. Oh, nochmal. Oh, mein fucking Gott. Wow, das ist ein Klippenkracher. Leg einfach auf der Strecke. Oh, Mann. Ich wollte drüber dashen. Das war immer so witz. Wow. Aber er fliegt trotzdem richtig so halbwegs. Cool. Da haben wir wenigstens jetzt so'n Flugpunkt. Nice, so. Hi, Questgeber. Gib mir Quest. Gehen wir die Quest ab. Gehen wir sie ab, 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 ab. Zack. Wir haben keine Quest mehr, das heißt, wir machen jetzt diese zwei Quest. Super. Angriff der Wissenschaft. Feuerlöschung, oder? Ja. Hi, Gormungan. Nicht dich kennen zu lernen, Gormungan. Sehen wir uns dann irgendwann in der Quest oder so? Also, ich nehm's an, dass da eine Quest ist. Ah, das sind die, die Dingens, die, die da sind die mutierten Gnomes und so weiter. What? Ich möchte dieses Feuer hier löschen. Gut, dann nicht. Mein Gott! Dankeschön. Dann lösche ich's halt nicht. Ist mir egal. Ist, ups. Ist mir egal. Steht der Goblin. Da brennt einer. Ich lösche ich kurz. Okay, dann nicht. Dann renn weg von mir. Wenn ich dich löschen will. Da haben wir eine Quest. Eine gute alte Quest. Quest, 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 Quest. Oh. Üpo-Dingens. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Feuer schlecht. Notiert Feuer schlecht. Gut. Er hat was gelernt. Was möchte man mehr? Geiler Chi-Stoß. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Das ist so, ja gut. Kann man haben, braucht man eh nicht. Gibt wahrscheinlich ein besseres Talent, aber ich hab's aus dem Sinn gedrückt. deswegen müssen wir leben damit ist ein bisschen leben damit hier haben gut leute zu entflammen hier ja ich hab's nicht getroffen reicht dankeschön dann machen dieses feuerchen kaputt weil ich ihn gelöscht da ist ja auch noch eine quest eine quest die ich am anfang nicht kapiert habe glaube ich wegen sowas was da hinten war noch eine quest die habe ich gesehen freunde die habe ich doch gesehen müssen mich anschreien aber zuerst immer schön feuerlöschen da ist kein feuer mehr war davor eine feuer suchst objekt 4 das ist auch eine reihe an der quest ich muss eh da hinten durch i guess i hope whatever ah noch ein statistisch aufgeladener hippograf komm her was willst du denn aber das sage ich irgendwie ausschalten das kacke ich habe es doch nicht rausgefunden aber dass das im kampf verschwindet das hat keinen sinn man kann es auch nicht mehr andrücken oder so eben ich hab's neu ne deswegen tut mir leid wenn das interface noch nicht perfekt ist so im kampf anzeigen gut da kann ich verstehen aber außerhalb des kampfes nur angezeigt haben das ist so ne das verstehe ich nicht geile eier geile eier geile geile eierchen geile geile eierchen geile geile eierchen frei versuchts objekt 9 gib mir ne quest so sind versuchts objekt 4 oder nee das ist erst später geile eierchen weg ouchi das hat so viel damage gemacht wow ääähm gut ne hat er mich jetzt gesehen bin ja wirklich es ihr aug dann morgen die welt wuchs zuchs objekt 4 möchte die welt erobern du bist gar nicht stark mein jung weißt du das ist dir das bewusst anscheinend nicht so ich möchte dich retten kurz bevor ich wow so zack 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 cool was geht kehren ah wuuh äh muss man doch irgendwie so aaaah hör auf zu brennen hör auf zu brennen nicht gut ja da war ja das ne das ist so ne dumme quest wenn ich muh 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 schmeckt nass cool ich mach's ich behalte halt jetzt einfach so ne oh mei oh my god du WITH Auf Zwei Räder 私 muss schneller machen zack oh schön abkühlen jetzt hätte ich eigentlich am Schluss machen sollen ne braucht ja zum abgeben dann hat man nämlich ja das ist mir klar das ist überhitzt da kann ich nicht viel dagegen tun also die ganze zeit gegen seine warum habe ich eigentlich also nahkampfstärke aber gut gemacht ja gut ich gebe jetzt die quest schon mal ab wenn ich schon mal hier bin aber das war ja was ne ups 222 nehmen wir noch alles hier mit gut und dann noch dahinten die quest abgeben weil da haben wir ein level up cool 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 so da war es auch wieder für heute glaube ich nehme die quest alle noch an hier zack zack aus annehmen jawohl ja gut dann was das für heute mit diesem eisernen blick da bisschen schild sehen wir uns nächsten part wieder ich hoffe dass ich gewahre bis zum nächsten mal tschaui